So, Petra kriegt heute eine Mix-Frasur. Sie möchte außenrum Flecht-Frasur mit vielleicht Twists und vielleicht Magic-Locks. Und die Almas macht gerade die außenrum Dreadlocks auf und das werden wir dann zeigen. Gell, Petra? Guck mal her, her. Am Anfang habe ich vergessen ein Bild zu machen, aber es ist noch nicht so spät. Stimmt's? So, jetzt mache ich ein kleines Video von der Petra. Und ihr Mix-Frisur. Teilweise haben wir ihr einige Dreadlocks abgeschnitten und da Twists reingeflochten, Rassasöpfe und so sieht es aus. Gemisch mit Dreadlocks. Und Petra, wie gefällt es dir? Sehr schön, ungewohnt, aber sehr schön. Genau, genau. Von der Länge her haben wir sie kurz gehalten. Ja, das sieht ganz, ganz gut aus. Danke, dass du das auch mal zeigst. Nächstes Mal tun wir vielleicht noch ein paar Dreadlocks auch wegschneiden und dann mehr dafür was geflochtenes. Okay, dann habt viel Spaß und danke. Es war so schön mit dir.